Frequent Traveller TV Weekend Update Woche 7 2021. In dieser Folge geht es in der Woche 7 nicht um Lufthansa, die ist zwar immer wieder turbulent und interessant gewesen diese Woche, aber Namibia zum Beispiel wird liquidiert, Air Transat geht in Air Kanada auf. Das sind also einige Fluggesellschaften, die vom Himmel für immer verschwinden. Dafür ist aber die 737 Max wieder am Himmel von Europa zu sehen. Also alles wieder relativ normal. Leider nein, denn Corona bestimmt immer noch unsere Welt. Ja, Castle Pacific setzt die Maskenpflicht aus für First Class Passagiere und Business Passagiere. SRS Euro Bonus verlängert den Status erneut, wie auch einige andere Fluggesellschaften waren noch was. Ja, der Berliner Flughafen kommt nicht aus den Schlagzeilen. Ich muss da selber lachen, weil die Bude nicht warm wird, weil nicht genug Passagiere da sind. So ist der Grund. Aber lasst uns in die Themen gleich einsteigen. Erst aber noch, wie immer, für euch das Intro und bleibt dabei, damit ihr die News dieser Woche mitbekommt. Mein Name ist Lars Korsen. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Am Weekend Update geht es natürlich immer wieder um die News der Woche. Deshalb lasst uns da auch einsteigen, nachdem ihr einen Daumen hoch gegeben habt, Daumen runter gegeben habt, wenn ihr alle Beiträge gesehen habt. Vergesst nicht zu subscriben, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Auch die Glocke anmachen. Aber lasst uns direkt einsteigen in die Boeing 737 Max Thematik, denn die startet wieder in Europa. Ja, die ersten Ziele werden wohl Hamburg und Berlin sein und es gibt halt die verschiedensten Gründe, warum ein Flugzeug gegroundet wird. Aber die 737 Max hat halt wirklich über zwei Jahre jetzt am Boden gestanden, fliegt schon in Brasilien, in den USA und hat sich da auch wieder, ich sag jetzt mal, einen guten Ruf erarbeitet. Weil das Flugzeug wieder sicher ist, weil sonst wäre es in den USA nicht geflogen und würde es bei uns nicht zugelassen werden. Insofern hat die Boeing lange, lange gebraucht, um diesen Problem den Herr und den Garaus zu machen und Herr zu werden in der Lage, das wollte ich eigentlich sagen. Und damit ist jetzt die Wiederzulassung des Flugzeugs ganz einfach da. Und das Flugzeug ist seit Januar wieder in der EU zugelassen. Im vergangenen Dezember, sagte ich ja schon, hat die Goal wieder zum ersten Linienflug abgehoben. Dann kamen auch die American Airlines, die fliegt von Miami nach New York. Passagiere können flexibel umbuchen. Wie es aber in Europa sein wird, das ist eine gute, gute Frage. Denn wenn man den Betreiber sich anguckt, wer das Flugzeug einstellt oder anstellt, das ist die 737 Max, der tscheche Billigflieger, der nach Palma fliegt und der heißt ganz einfach Smartwings. Die werden gar nicht so viele Verbindungen haben und die haben auch keine anderen Flugzeuge. Das heißt, ihr müsst mit dem Flugzeug fliegen. Aber ich glaube ganz einfach, das wird ein sicheres Flugzeug werden. Nicht nur Smartwings wird damit fliegen, sondern auch Norwegian und Ryanair kommen mit der Max wieder nach Deutschland, aber auch nach Europa. Den Anfang wird wohl Norwegian machen. Es wird auch Icelandair übrigens folgen. Die will die 737 Max unter anderem von Oslo nach Hamburg einsetzen und sie wollen auch von Reykjavik nach Berlin fliegen. Andere Fluggesellschaften wie zum Beispiel die TUI oder die LOT, die haben ja auch die Flugzeuge in der Flotte. Aber der größte Kunde Ryanair, die haben ja mehr bestellt danach, also Nachschlag genommen, 75 Stück, haben 210 insgesamt bestellt. Und auch wenn die Auslieferung jetzt etwas sich verspätet, die 737 Max wird halt bei der Ryanair ein Hauptbestandteil sein. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Fluggesellschaften damit umgehen, inwieweit man den Trust bei den Kunden wiederholen möchte, ob es da von Seiten der Fluggesellschaft irgendwelche Packages gibt. Aber es wird, wie ich schon sagte, nicht wie bei American Airlines laufen, dass man einen Flug später nimmt, der dann keine 737 Max ist, weil sie es einfach gar nicht anbieten können, weil sie gar nicht so viele Flugzeuge haben oder Umläufe fliegen. Ryanair will halt den Weg gehen, dass man das Flugzeug einfach umbenennt. Und kann man machen, muss man nicht, aber ich weiß es nicht. Ja, nachdem wir uns mit Ryanair und so weiter und der 737 Max beschäftigt haben, gibt es auch interessante Neuigkeiten aus dem Bereich Flughafen. Tegel gibt es ja leider nicht mehr, aber dafür, das ist schade für andere, von den anderen Leuten, ist es halt in Berlin trotzdem nicht langweilig. Nachdem wir uns in Tegel immer wieder beschwert haben, dass da alles zu eng war, jetzt ist es nicht eng genug, weil wir keine Passagiere haben. Das heißt, die Bude wird nicht warm. Es gibt aber auch andere Flughäfen, wie zum Beispiel Charles de Gaulle. Da hat die Regierung den Flughafenbetreiber gebeten, das Projekt aufzugeben, Terminal 4 zu bauen. Warum? Ganz einfach, weil man in Frankreich damit den Klimawandel bekämpfen möchte und den Umweltschutz etwas mehr nach vorne bringen möchte. Deshalb soll dieses Projekt, was irgendwie um die 7 bis 9 Milliarden kosten sollte und bis 2037 nochmal 40 Millionen zusätzliche Passagiere aufnehmen sollte und 450 mehr Flüge ab Paris abwickeln zu können. Ja, das soll einfach nicht passieren. Und da sagt man, man soll die anderen Flughäfen einfach, die in Paris sind, benutzen. Wobei man natürlich, wenn man Paris kennt, es ist ein katastrophaler Flughafen. Die Gehwege sind absolut katastrophal verwirrende Strukturen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber Flughäfen wie Singapur zum Beispiel, die expandieren. Dubai expandiert auch mit dem Dubai World Central, zwar verspätet. Man hat es jetzt etwas auf Eis gelegt, aber nicht komplett tot gemacht. München hat die dritte Startbahn auf Eis gelegt. Im Moment macht das natürlich Sinn, weil die Passagierzahlen nicht da sind. Aber in der Zukunft glaube ich nicht, dass das so sein wird. Dann auch noch eine interessante News aus dem Bereich der Etihad. Die Etihad hat bekannt gegeben, dass 100 Prozent der operativen Flugbesatzungen mit den offiziellen Gesundheitsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate sich mit dem Impfstoff auf vorderster Front durchgeimpft haben. Das heißt also, alle Flugbegleiterinnen und Begleiter sind geimpft und damit sollte es dann auf den Etihad-Flügen sicher sein. Was auch spannend ist, ist die Thematik, dass zum Beispiel die Fluggesellschaft aus Israel und zwar El Al, wäre fast der Name nicht eingefallen, sagt, dass alle Passagiere, die den Kunden sehen, also Facing 2, so heißt die Meldung, auch geimpft sein werden in Kürze. Aus Kanada gibt es eine Fluggesellschaft, die es nicht mehr bald geben wird. Das ist Air Transat, aber die ist nicht jetzt tot-tot, sondern die geht in Air Kanada auf. Man wartet auf die Genehmungen von den Transport Kanada, aber wie man das halt so sieht, Transport Kanada hat dem wahrscheinlich, wird dem zustimmen. Obwohl die Wettbewerber sich komplett gegen die gesetzt haben, WestJet zum Beispiel, weil Air Kanada damit wirklich innerhalb Kanadas eine Vormachtstellung hat. Und die Pandemie, kann man jetzt böse sagen, wird als Feigenblatt genommen, dass man das machen kann. Aber das Problem ist halt einfach wirklich, dass Air Kanada auch nie dafür bekannt war, dass die günstig waren oder in irgendeiner Art und Weise kundenfreundlich waren. Transat hat saisonale Flüge zu mehreren europäischen Zielen gehabt und Ziele waren zum Beispiel von Toronto nach Glasgow und so weiter. Preise waren alle sehr, sehr competitive, wie das so schön heißt. Aber was halt das richtige Problem war, war, dass wir bei Air Kanada, wenn wir Kunden hatten und die haben irgendwie eine Rückerstattung, wir mussten immer entweder über USA gehen oder wir müssten über die EU-Verordnung gehen und dann sollte das Geld auch schnell bezahlt werden. Aber wenn man halt in den USA oder in Kanada nicht wusste, wie man es macht, dann wartet man teilweise noch bis heute auf sein Geld. Also es ist unglaublich. Eine andere Fluggesellschaft, die mehr tot als lebendig ist, aber anscheinend wie ein Phönix aus der Asche schießen soll, ist die Thai Airways. Also man hat zwar die Neugründung oder wie soll man das nennen, Umbenennung, ich weiß es nicht, also den Schuldenschnitt wahrscheinlich wäre jetzt der Fachbegriff, etwas verzögert. Hat aber bekannt gegeben, dass man alle A380 und 747 Boeings ausflottet. Weil Thai Airways befindet sich halt wirklich in einer kompletten finanziellen Schieflage, wobei man natürlich auch sagen muss, dass sie vorher auch nicht wirklich eine Cash Cow waren. Und ja, deshalb muss der 380er dauerhaft aus der Flotte mit der 747 400. Was das für die First Class heißt, interessante Frage, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht wird man irgendwo wieder eine First Class einbauen, aber damit ist erstmal die Luxusklasse bei Thai Airways kurz- und mittelfristig tot. Das heißt also wirklich alle 747, auch die 330, 300er gehen alle weg. Und da die halt so einen, ja, gemischt waren Laden haben, gibt es jetzt halt wirklich nur noch die Fokussierung auf den A350, auf die 737 300, Entschuldigung, auf die Tripe 7 300, wie kann ich die im 37 sagen? Zwei Boeing, Tripe 7 200 und alle anderen Typen stehen zwar aktuell am Boden, aber wir werden mal sehen, was da passiert. Also insofern sollte man eh der 747 400 nicht bei denen nachweisen, die war, dazu verdammt wegzugehen, weil das hatte man ja auch schon bekannt gegeben. Aber die 380, die nicht mehr für Thai fliegen und die 15 330, 300 werden wirklich nicht mehr mit Passagieren abheben, so sagt es die Meldung von Thai Airways. Flugzeuge, die sie zur Verfügung haben, nochmal kurz das Update dazu, 12 Airbus A350 900, 6 Boeing 787-8, 2 787-9, Tripe 7 200 haben sie 6 und die Tripe 7 300er haben sie 14 Stück. Aber ob wirklich wieder alle zurückkommen, 40 Stück an der Zahl, das ist eine Frage, denn die Tripe 7 200 ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Flugzeug, was state of the art ist. Und die A320, die werden halt auf den Kurzstrecken und Nebenstecken eingesetzt, aber hat auch keine First Class. Also insofern, Luxus ist anscheinend da im Moment nicht mehr die Frage, sondern wirklich, dass man aufs Überleben setzt. Ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, also mir ist es lieber, dass die Thai Airways überlebt, als dass da eine First Class ist. Aber schreibt doch einfach unten in die Shownotes, unten drunter in die Kommentarspalte rein, was ihr dazu haltet und was ihr davon denkt. Dann haben wir noch eine andere Fluggesellschaft, von der man ja auch nicht viel Gutes gehört hat. Das war AirNabibias. Produkt selber war gut, aber die hatten immer ein Cash-Problem. Also die haben den Flugbetrieb sogar eingestellt. Ich war in Frankfurt im Hyatt Place und da war AirNabibia stehen geblieben auf dem Frankfurt Windhoof-Flug. Und das war also unglaublich. Die haben sogar das Catering gebracht aus dem Flugzeug, dass die Leute nicht im Hotel was zu essen kaufen mussten. Ist zwar auf der einen Seite ganz okay, aber daran sieht man halt, wie schwer das schon bei denen war mit dem Geld. Also dass sie da halt wirklich echte Probleme hatten. Aber der Betrieb ist seit dem 11.02. eingestellt. Die Liquidation ist auch schon eingeleitet. Und ja, die Regierung hat auch schon angefangen, die Geschäftspartner und die Stakeholder wirklich auszubezahlen, beziehungsweise zu gucken, was man machen kann. Auch Flüge können nicht mehr gebucht werden. Gibt einige IMA-Adressen, die ihr euch vielleicht in dem Zusammenhang melden solltet. Das ist refunds at AirNabibia.aero oder callcenter at AirNabibia.aero. Und da wird es vielleicht, wenn ihr noch Geld von denen zu bekommen habt, Geld geben. Aber ich glaube eher nicht, denn die Mitarbeiter bekommen eine Abfindung und die Bude wird dann einfach abgeschlossen. Und damit ist das Thema dann auch wirklich gegessen. Schade, schade, denn damit hat man eine Fluggesellschaft mehr, die wieder vom Himmel verschwunden ist. Ich habe es schon mal gesagt, personalisierte Ambassador-Service bei Marriott Bonvoy ist gestrichen worden. Und wer mich kennt, weiß es. Ich habe keinen großen Wert auf meinen Ambassador oder Concierge oder wie die auch immer heißen bei den Hotelgruppen gelegt, weil ich die Themen alle selber lösen konnte. Aber man sieht jetzt zum Beispiel, wie die Überbleibsel der SPG Ambassador bei Marriott behandelt worden sind. Das heißt also, man hat einfach ab 1. März keinen persönlichen E-Mail-Service mehr und die persönlichen E-Mail-Adressen werden auch abgestellt. Ja, das heißt also, wer mit seiner Ambassador-Karte irgendwas werden will, muss sich per E-Mail an ambassador.serviceatmerit.com wenden. Und ich weiß es nicht, warum man nicht einfach in der Lage ist, von den Ambassadors diese E-Mails einfach weiterzuleiten oder irgendetwas zu machen. Also ich verstehe es einfach nicht, weil man muss sich halt einfach mal überlegen, dass man mit mehr als 100 Übernachtungen und 20.000 Dollar, ich weiß, in 2021 sind es 14.000 Dollar, diesen Service nicht darstellen kann. Der Zweck des Ambassador-Dienstes, so wie ihn Starwood ja auch wirklich gebracht hat, bestand darin, einen super, super Service zu liefern und einen zentralen Anlaufpunkt zu haben, um alle Hotelprobleme, die man halt mit Starwood hatte, da zu adressieren. Aber die Leute sind abgesprungen, haben mehr Kunden, die sie abarbeiten mussten. Und seitdem es merriert war, es wurde immer, immer schlimmer. Und um euch mal eine Zahl zu nennen, es gab 300 Kunden, um die man sich gekümmert hat bei SPG. Jetzt sollen es irgendwie bei 500 oder sowas sein, sogar mehr teilweise. Und damit sind halt die ganzen Ambassador gegangen und das ist eine Katastrophe. Die Anfragen in Kanada wurden ja dann abgewickelt, weil sie nicht mehr in Irland gemacht worden sind. Und damit ist es halt wirklich perlend vor die Säue geschmissen in meinen Augen, wer da noch guckt, dass er etwas in irgendeiner Art und Weise werden möchte. Vergleichen wir doch einfach mal mit dem Wettbewerb. Wenn wir es mit dem Wettbewerb vergleichen, bei Haye zum Beispiel, da bekomme ich meine Antwort innerhalb von ein oder zwei Tagen. Ist okay, ist jetzt nicht unbedingt wirklich etwas, wo ich toll finde, wen ich loben muss. Das sind meine Freunde bei Hilton, mit denen ich ja nicht auf Kriegsfuß stehe, aber wo ich sage, ja, Hilton ist schon speziell. Aber die können wirklich zack antworten. Wenn ich also irgendwas habe mit dem Diamond Desk, das geht rucki zucki. Ja, dann geht es weiter zu den Flügen. Ich möchte euch nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn ihr mit Lufthansa Meilentickets bucht, heißt also zum Beispiel nach New York fliegt, dann könnt ihr einfach mit diesem neuen Flex Plus Tarif angeboten, könnt ihr wirklich die Zuschläge der Prämienmeilen oder Prämienflüge sparen mit Prämienmeilen. So ganz richtig. Und zwar, wenn ihr bis zum 28.2. bucht diesen Jahres, kann man bis zum 28.2. nächsten Jahres fliegen und man bezahlt keine Airline-Zuschläge. Man bezahlt also für den berühmt-berüchtigten Flug, den ich schon eben genannt habe, Frankfurt nach New York, anstatt 60.000 Prämienmeilen 75.000. Und damit spart man 270 Euro an Zuschlägen. Was man machen muss, ist ganz einfach, man muss sich anmelden, den Link habe ich auch in den Shownotes drin, muss halt wie gesagt bis zum 28.2. buchen. Man kann diese Flex Plus Tarife erkennen am blauen Dreieck, da ist ein blaues Dreieck, damit man das auch nicht verpasst und man kann die Meilen dann für einen Flug der Wahl einsetzen. Und ganz wichtig, es geht nur online auf Mitesandmore.com. Es gelten die Mitesandmore-Konditionen für das Klicks-Ticket. Das ist ganz einfach das Thema. Also wer da sparen will und wer sagt, hey, mir sind diese mehr Meilen, 15.000 Meilen das wert, coole Geschichte, aber ihr müsst euch da jetzt etwas beeilen. Dann gibt es noch etwas aus der Mitesandmore-Welt. Ich weiß, ich habe euch versprochen, dass wir nicht Lufthansa-lastig sind, aber ich glaube, dass wenn man zwei Meldungen bringt, dass das nicht so lastig ist. Das wäre Best Western gibt vierfache Meilen für den Aufenthalt mit dem Titel Because We Care. Man kann also einen Aufenthalt in den Hotels von Best Western haben und man bekommt bis zum 31. Mai 2021 vierfache Meilen für einen Aufenthalt im Best Western Hotel in Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Kroatien, Ungarn, Tschechien oder Slowenien. Wichtig ist, dass man sich für die Aktion anmeldet. Genau, ihr müsst euch wirklich anmelden. Es machen auch alle Hotels mit, dann bekommt ihr vierfache Meilen für maximal drei Aufenthalte im Aktionszeitraum. Der Aktionszeitraum ist vom 1. März bis zum 31. Mai, also März, April, Mai. Das sind drei Monate. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gilt auch nur für die Hotels in den Ländern, die ich euch genannt habe und es muss ganz einfach auch über die Best Western Seite gebucht werden. Wer also über OTAs, das sind Online-Reiseagenturen oder Online-Travel-Agencies, wie das jetzt auf fancy Englisch heißt, da gilt das nicht. Also Priceline, Expedia, Booking.com, Kajak, Travelocity. Ach, ihr kennt sie ja alle. Also das gilt nicht. Und was auch ganz wichtig ist, ist einfach, dass es wirklich diese Raten sind, die ihr auf der Webseite findet. Und es geht immer nur für ein Zimmer. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, wenn ihr für jemand anderen bucht, der ein zweites Zimmer oder sowas hat, geht nicht, der soll sich anmelden. Dann kriegt er vierfach Punkte. Und wer bei Best Western Rewards oder sowas sammelt, kriegt da keine Gutschrift. Ganz wichtig. Aber ich denke, die vierfachen Meilen haben schon da seinen Wert. Dann trifft uns noch eine neue Nachricht aus Amerika. Wer bei Delta Airlines sammelt, und da kenne ich einige, haben schon wieder die Meilenwerte für die Prämienflüge mit Partner Airlines, ja, verschlechtert. Warum? Ich verstehe das nicht. In Europa und Asien, überall. Also das ist einfach eine Anpassung. Im Oktober letzten Jahres wurden bereits die Meilenwerte für Prämienflüge mit Partner Airlines, ja, sie wurden erhöht und neue steuernde Gebühren eingeführt. Und das ist doch absolut Banane. Also ich verstehe das gar nicht in der jetzigen Zeit, warum das gemacht wird. Und also eine Erhöhung, vor allem in wenigen Monaten. Damit werden halt wirklich diese Flüge, die man in der Business Class zwischen Europa, der Asien und Nordamerika fliegen kann, wesentlich teurer. Es macht doch keinen Spaß. Zumindest nicht bei Delta Airlines. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe es ja im Prinzip schon gesagt, wenn man da in irgendeiner Art und Weise mit den Sky-Team-Mitgliedern irgendwas werden will, das ist dann absolut Banane. Warum ist das spannend? Ja, weil American Express Rewards-Punkte können zum Beispiel umgewohlt werden auf Sky-Team. Also das ist halt ein Negativum deshalb, warum ich das euch sage. Und als letzte News natürlich die neuen RKI-Risikogebiete, die ab morgen gelten, im 14. Februar pünktlich zum Valentinstag. Man hat die Risikogebiete aktualisiert. Und zwar sind das die Gebiete, in denen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab oder die Daten als unzuverlässig eingeschätzt worden sind. Hochinzidenzgebiete sind mehrfach über den Wert von Deutschland, aber beträgt mindestens 200. Virusvarianten, schwieriges Wort, Virusvariantengebiete, in denen die besonders ansteckenden Virusvarianten verbreitet sind. Das sind auch Gebiete. Also neue Virusvariantengebiete sind Slowenien, Tschechien, Österreich, im Besonderen das Bundesland Tirol, mit Ausnahme des politischen Bezirks Lienz in Osttirol, also nicht Linz, Lienz. Der Gemeinde Jungholz, sowie das Ristal im Gemeindegebiet von Womp und Eben am Achensee. Und neue Inzidenzgebiete weltweit sind Bahrain, Seychellen, St. Lucia, St. Vincent, die Grenadien und neue Risikogebiete Finnland. Ja, die Regionen Mittelfindern und Österbotten gelten nun auch als Risikogebiete. Und dann auch aus einem Gespräch von letzter Woche. Griechenland leider ja, also Westgriechenland gilt nun auch als Risikogebiet, weil die Gebiete von einem Hochinzidenzgebiet zu einem Risikogebiet herabstuft geworden sind, ist Namibia nun als Risikogebiet eingestuft worden, also kein Hochinzidenzgebiet mehr. Und Dänemark, die Region Mittylland, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist nicht mehr ein Risikogebiet. Auch Griechenland, die Regionen Westmacedonien, Makedonien und Thessalien gelten nun nicht mehr als Risikogebiete. Alles auch auf der Webseite der RKI nachzulesen. Danke, dass ihr dabei wart bei der heutigen Folge von Frequent Traveler TV, das Weekend Update Woche 7. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, freue ich mich, wenn ihr unten wieder in der Kommentarspalte das alles schreibt. Und ganz wichtig, Daumen hoch nicht vergessen, Daumen runter nicht vergessen, aber Begründungen auch nicht vergessen. Und last but not least, subscribe, Glocke an. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.